Vielen Dank für die Diskussion, die ja zum Teil sehr heftig war, aber das war auch genau das Ziel, das Thema erstmal wieder aufzuwerfen. Ich freue mich über eine Diskussion in den Ausschüssen, ganz sachlich, vielleicht nochmal zur Zusammenfassung. Es geht wirklich um die Prüfrechte, speziell bei den Sozialversicherungsträgern, die Leistung, die hier die Sozialversicherungsträger erbringen für die Kommunen. Dort ist bis jetzt eben diese Blackbox und Herr Meister, von prüfungsfreien Räumen spreche nicht nur ich, sondern auch Kai Bartel, ganz aktuell im Juli diesen Jahres. Lesen Sie den Zeitungsbericht, darum geht es mir und nicht mehr und ich freue mich dann auf eine Diskussion in den Ausschüssen. Vielen Dank.